willkommen heute heute gibt es einen legendären anführer der überlebenden mythischen schon mythischen hier datenbeschaffung habe ich schon gemacht deswegen sieht man hier nichts mehr aber da gibt es einen und zwar kriegt man da diesen hier den kriegt man den kriegt den könnte er holen ja gut das war es dann